ladies and gentlemen servus und herzlich willkommen zu einer neuen episode parknews hier bei kirmes aktuell heute gibt es mal wieder news aus dem europa park nein es gibt keine news zu neuen attraktionen oder sonstigen sondern zur neuen jahreskarte lange hat man gewartet corona war durchaus auch schuld es gab jetzt im grunde zwei jahre lang keine möglichkeit mehr eine neue europa park jahreskarte zu kaufen die zeit hat der europa park genutzt um das komplette jahreskartensystem auch gleich mal komplett auf den kopf zu stellen und somit wurde heute bekannt gegeben dass es neue jahreskarten geben wird ja richtig gehört das ganze ist im plural gesetz jahreskarten denn der europa park führt mit der neuen jahreskarte ein stufensystem ein heißt es gibt jetzt unterschiedliche ja unterschiedliche upgrades unterschiedliche jahreskarten und zwar heißt das ganze jetzt resort pass und es gibt jetzt quasi den resort pass silva und den resort pass gold also es wird im moment in zwei stufen unterschieden man kennt das durchaus auch schon von vielen anderen parks oder merling karten oder disneyland und so weiter also es gibt jetzt hier eben auch stufen jahreskarten so was haben die jahreskarten jetzt alles so zu bieten was ist der unterschied zwischen silva was ist der unterschied zu gold das ganze werde ich jetzt euch natürlich auch noch mal ein bisschen vorstellen dazu gibt es ja auch eine schöne grafik die ich euch jetzt hier auch einfach mal einblende wo ihr das ganze ein bisschen übersichtlicher dargestellt findet unterschied ist auf jeden fall zum einen natürlich der preis das ist ganz klar und zwar gibt es die silber karte ab 195 euro und die gold karte ab 345 euro so beides gilt ein jahr also die gültigkeitsdauer an sich ist schon mal gleich aber und jetzt kommen wir zum großen punkt der zugang zum europa park als tagesgast der ist hier ein bisschen unterschieden und zwar beim resort pass silva nur 230 tage und jetzt kommt der große haken diese sind vorab definiert man kann das auch schon nachgucken für welche tage der silber pass gelten würde so kann man zum beispiel schon herausnehmen dass die august wochenenden komplett raus sind dass die oktober wochenenden komplett raus sind spricht die ganze halloween zeit kann man an den wochenenden mit der jahreskarte nicht in den park so das ist jetzt auf jeden fall schon mal ein negativer punkt den ich jetzt auch sehr negativ sehen muss ich sagen war aber zu erwarten dass der europa park sich das natürlich diese highlight wochenenden natürlich extra bezahlen lassen möchte möchte man also an den europa park halloween wochenenden in den europa park rein dann braucht man natürlich jetzt den gold pass denn hier hat man einen uneingeschränkten zutritt komplett die ganze zeit und ja das ist quasi schon mal hier der unterschied der wesentliche unterschied eigentlich der jahreskarte würde ich behaupten das ist einer der wesentlichen und ausschlaggebendsten punkte der zugang zum europa park als übernachtungsgast hat man mit beiden jahreskarten uneingeschränkten zutritt heißt jetzt natürlich nicht dass das dann hier komplett inkludiert ist nicht falsch verstehen also man kann jetzt nicht die ganze zeit umsonst übernachten nein nein so wird das nicht sein zugang zur atlantiker ist in dem silber pass nicht enthalten im gold pass sind zwei tagestickern halten das ist natürlich schon mal auch okay rechtfertigt natürlich nicht unbedingt eine 150 euro preissteigerung meiner meinung nach muss man jetzt denke ich für sich selbst entscheiden ich bitte auch noch hin und her gerissen und weiß tatsächlich nicht was für eine europa park jahrespass ich mir jetzt dann holen werde ob ich mir überhaupt ein holen werde zum jetzigen zeitpunkt kann ich nicht sagen meine jahreskarte läuft jetzt seit drei jahren tatsächlich zum glück und geht jetzt aber im april auch zu ende heißt jetzt mein besuch im märz zum pre opening weekend wird vorerst mein letzter besuch sein für dieses jahr erst einmal und dann wahrscheinlich erst wieder zu halloween so was haben wir noch kostenfreier beziehungsweise reduzierter zutritt zu partner parks ist in beiden enthalten welche das jetzt allerdings sind kann man im moment tatsächlich nicht rauslesen das wird aber auch dann jetzt erst noch kommen spezielle aktion bei events sind beide enthalten zwei euro bad beim abendkino ist bei beiden enthalten also das ist eigentlich jetzt dann alles identisch für 31 euro zubuch bei der parking pass das ist in keiner karte an sich enthalten ein unterschied haben wir noch bei der gedruckten karte denn die ist beim silber pass tatsächlich nicht sondern nur digital dann scheinbar auf dem handy in der app verfügbar gegen fünf euro auf preis vor ort erhältlich beim gold pass wird die dann tatsächlich enthalten sein also die plastikkarte und zu dir nach hause geschickt auch ist alles enthalten das ist auf jeden fall dann schon mal auch ganz okay für die leute die natürlich auf die alte karte stehen so das war es jetzt erstmal so an groben infos sage ich mal zum 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 resort pass das ganze wird allerdings erst auch mitte mai im verkauf gehen bedeutet es man muss jetzt trotzdem noch mal über zwei monate warten für den saison start also alles absolut nicht relevant bedeutet man muss jetzt auch noch mal für den saison start wenn man da hin möchte extra blechen ja alles ein bisschen vielleicht unglücklich gelaufen so wird ich tatsächlich beschreiben ich persönlich bin jetzt auch nicht komplett happy mit dem angebot muss ich ehrlich gestehen mich würde natürlich jetzt mal brennend interessieren was haltet ihr von den neuen resort passen silber und gold schreibt gerne in die kommentare und ja dann hoffe ich dass euch das kleine info video gefallen hat dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten video tschau macht's gut